Endlich ist es soweit. Ab dem 19. September soll sie wieder fahren, die Taipingshan-Waldbahn. Die Bongbong-Bahn, wie die Schmalspureisenbahn durch das Taipingshan-Walderholungsgebiet genannt wird, musste vor sechs Jahren den Betrieb einstellen, nachdem ein Taifun die Strecke schwer beschädigt hatte. Doch nun kann die Bongbong-Bahn wieder durch die malerische Landschaft des Taipingshan tockeln. Wir sind total glücklich, sagte dieser ehrenamtliche Helfer bei einer Testfahrt. Wir freuen uns sehr darauf, dass die Bahn nach sechs Jahren endlich ihren Betrieb wieder aufnimmt. UCI vom Forstamt sagte, man könne nun bei der Fahrt wieder die schöne Berglandschaft und das Wolkenmeer genießen. Ursprünglich war die Bahn vor allem zum Holztransport verwendet worden. Danach wurde ein etwa drei Kilometer langer Streckenabschnitt als Touristenbahn in Betrieb genommen. Die Fahrt zwischen dem Taipingshan-Bahnhof und Maoxing dauert etwa 20 Minuten.